so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja was macht man heute hier die admiral von pyro art so sieht der ganze spaß hier aus hier wird überhaupt gewerkelt gemäht gedroschen so sieht ein wunderschöner vogel davon aus gekauft habe ich die bei röder ja einer hat drei gramm wo stand das noch mal bei denen stand genau hier am flügel drei gramm so sieht das hier hinten aus habe ich zwar schon gezeigt und jetzt würde ich sagen sind mal die wunderschönen vögel so jetzt ich habe mir noch nicht auf aber jetzt nehme ich auch hier aber die admiral so schön mal gucken was sie können perfekt also nicht der ist komplett reingebrannt machen wir den nächsten gleich schön der länder der nimmt einfach schon auf und ich nicht so alles noch mal zwei aufschlag in der hoffnung die heben auf dem sand ab abgehoben ja schade das ist ja jetzt alle nicht gehen das wäre ja wahrscheinlich geht jeder zweite ja die sehen auch von der zündschung ein bisschen komisch aus naja machen wir noch zwei aufschlag und jetzt noch zwei haben tatsächlich beide geklappt also ich würde sagen man kann sich die schon mal mitnehmen ich finde auch den den roten ausstieg ganz schön aber wenn die jetzt alle so sind wir auch doof war ja das aber sonst könnt ihr euch die mal mit einpacken schöne teile auf jeden fall und dann wie immer bis zum nächsten video oder rein und